Herzlich Willkommen und Servus zu Episode 13 und damit dem Start in die zweite Saison der VfB Stuttgart Karriere. Erste Saison voller Erfolg, rechts sehen wir noch den Spieler des Monats Mangala und aus dieser erfolgreichen Saison kommen wir raus mit 35,6 Millionen und Transferbudget, können also ordentlich auf dem Transfermarkt zuschlagen. Wir sehen hier nochmal das Team, was wollen wir denn verbessern? Auf jeden Fall brauchen wir einen dritten Innenverteidiger. Auge ist natürlich auf Mafropanus, der letztes Jahr hier auf Leihbasis gespielt hat. Könnte ein bisschen teuer sein, sehen wir aber gleich. Erstmal gehen wir noch durchs Team und schauen, wen wir denn überhaupt alles auf Transferliste, auf die Leihliste und ähnliches setzen. Awuja habe ich mir erstmal überlegt, wer bringt uns jetzt nicht so viel Geld, dann lassen wir wahrscheinlich einfach den Vertrag auslaufen und haben ihn dann für die ein oder andere frühe Pokalrunde. Auf der anderen Seite, unsere ganzen Starspieler aus der letzten Saison würde ich natürlich gerne behalten. Beim einen oder anderen bin ich aber auf jeden Fall gesprächsbereit für das ein oder andere Angebot. Hier Mangala, 79er Wertung, ganz starker Mann. Eglow und Nathie dürfen nochmal ausgeliehen werden. Momo Sises sowieso, der hat sich letztes Jahr leider nicht ausleihen lassen. Hier sehen wir nochmal Wamangituka, Jeremy Dupré, den habe ich auch nochmal auf die Leihliste gesetzt, hat aber auch eine gute erste Leih hinter sich. Und der kleine Schocker auf der Leihliste, Oberfemi. Ich glaube, dem tut es einfach gut, wenn er mal woanders ein bisschen Spielzeit sammelt, hat ja null Bundesliga-Tore für uns gemohlt. Deswegen gehe ich da auf jeden Fall mal auf Leihkurs. Hier sehen wir Marco Panos, nochmal zwei hochgegangen, seitdem er bei Arsenal ist. Wie auch immer das funktioniert hat, weiß ich nicht. Aber deshalb völlig außerhalb unseres Budgets. Und dann hatte ich noch zwei andere, Udukay und Sanjuist. Sanjuist vor allem, weil Mainz natürlich abgestiegen ist. Und für den habe ich mich dann auch entschieden. Udukay, halt Linksfuß, haben wir eigentlich schon mitkämpft. Deswegen in der Dreierkette dann lieber einen Rechtsfuß. Außerdem Sanjuist natürlich auch sehr schnell. Auch erst 24. Wie gesagt, Mainz abgestiegen in die zweite Liga. Sanjuist aber auf jeden Fall ein Spieler mit Erstliga-Potenzial. Deswegen denke ich, dass das eine gute Verpflichtung für uns sein wird. Hier sehen wir nochmal im Verein dann auch, kann Innenverteidiger, Heißverteidiger und ZDM spielen. Gute Stats an sich. Wie gesagt, relativ schnell für den Innenverteidiger. Leider anfertigt für Verletzungen. Aber sehen wir mal, wie das Ganze sich auswirkt. Hier fünf Jahre Vertrag. Wichtige Rolle. Sehr guter Deal, würde ich sagen, aus unserer Sicht. Danach kam der Scouting-Bericht aus Österreich. Wir scouten ja jetzt ein bisschen näher an der Heimat. Max Krehn. Hatte ich mir kurz überlegt. Habe ich dann aber gedacht, nee, lieber nicht. Und dann Adrian Ortner. Natürlich wird der mitgenommen. 2,3 Millionen Marktwert. Ganz starkes Talent. Können wir uns später auch mal in der Jugendabteilung anschauen. Also das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Danach ein Angebot, nachdem wir schon eins für Mangala abgelehnt haben und für Kobel. Ein Angebot für Hagi. Auch ihn würde ich gerne behalten. Hatte er jetzt erst eine Saison bei uns gespielt. Also mindestens mal eine Saison würde ich ihm noch lassen. Danach haben wir zwei Jugendspieler befördert, weil sie jetzt schon 17 Jahre alt sind. Das heißt, die wollen dann am Ende sowieso hochgeholt werden. Und dann dachte ich, hole ich sie lieber jetzt. Stelle sie auf die Leihliste und dann können sie sich vielleicht gut entwickeln. Hatte er in unserer Gladbach-Karriere im Stream überragend funktioniert mit dem Ausleihen. Direkt im ersten Transferfenster. Deswegen habe ich das hier direkt nochmal probiert. Viel mehr kamen wir aus Mexiko, aber nicht mitnehmen. Hier sehen wir nochmal den letzten Scoutingbericht, der absolut nichts gebracht hat. Ihr könnt mir gerne mal Länder in den Kommentaren da lassen, die ihr gescoutet haben wollt von mir. Ich habe jetzt die Scouts noch nicht neu losgeschickt. Deswegen können wir da gerne auf eure Kommentare warten. Wie gesagt, lasst gerne was da. Lasst auch vor allem gerne Kommentare da, wen wir noch so holen sollen im Transferfenster, während wir hier Oberfemi zwei Jahre an Ajax ausleihen. Das ist ein sehr guter Deal. Das ist eine Liga, die in der Nähe ist. Das ist eine gute Liga von der Leistung her. Das ist ein Team, das auf jeden Fall oben mitspielt. Da könnte er seine Spielzeit bekommen und könnte auch gut spielen. Und dann wollte ich natürlich noch vorne aber jemanden holen, der dann die González-Position einnimmt, während González unser Stürmer Nummer 1 hat dieses Jahr. Dennis Mann, Florinel Coman, beide von Steau und Bukarest. Beide eigentlich exakt der gleiche Spieler. Ein Jahr Unterschied und 10 Kilo Unterschied. Und im Ende habe ich mich dann für Coman entschieden. Der Rechtsfuß, 23 Jahre alt, wechselt für 17 Millionen von Bukarest zu uns. Wir haben ja gute Erfahrungen mit Hagi gemacht, mit unserem Rumänen. Deswegen dachte ich, kaufe mir einfach einen zweiten Rumäne hinterher. Pfeil, schneller Mann, Distanzschuss, Dribbeltechniker. Wir stellen ihn natürlich auf MS um, damit er in unser System passt. Aber es ist ein sehr, sehr guter Deal, auch bei ihm. Fünf Jahre wieder. Und danach mussten wir nochmal ein Angebot ablehnen für Wamangituka. Ihr könnt mir auch da mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, dass ich jetzt einige behalte. Ich habe mir so gedacht, ja, ich habe schon ein paar Spieler, die ich abgeben würde. Aber so Wamangituka, González, Mangala, unser Kapitän-Kempf, finde ich halt, dass man die zumindest mal in der Saison noch behalten sollte. Also so bei Sosa, Endo, etc. wäre ich ja gesprächsbereit, aber da kamen bisher einfach keine Angebote. Dann für uns relativ neu der Supercup. Wir haben ja den DFB-Pokal gewonnen und dürfen jetzt deshalb Supercup spielen gegen Bayern. Können also erstmal mit unseren zwei Neuzugängen in der Startelf das Ganze ausprobieren. Natürlich schwer gegen ein Team wie Bayern. Hier sehen wir nochmal den Pokal. Haben sich natürlich in der Defensive gut verstärkt mit Kudibali und Aldeverelt. Außerdem natürlich wieder wilde Außenverteidiger, so wie man es kennt von Bayern in Karrieremodus. Hernandez ist jetzt Rechtsverteidiger, Martinez ist Linksverteidiger. Also Wamangituka wird da eigentlich einen ganz guten Tag haben. Hier sieht man auch schon, der erste Angriff geht über ihn. Schnell weitergespielt auf unseren Neuzugang. Comar hat sich mit González verwechselt, deshalb aufs linke Bein gemacht. Und da die wichtige Zeit verloren, hätte ich ihn einfach mit rechts abgestoßen, wäre das Ganze dann doch besser gewesen. Comar hat auch den zweiten Schuss von uns, schon in der zweiten Hälfte, Distanzschuss. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich für Comar entschieden habe. Obwohl Dennis Mann natürlich das gleiche ist. Die haben beide Gamefaces, was richtig geil ist, also reelle Gesichter. Das ist sehr nice. Dann Sosa, Hagi Sosa. Und das Ding klingelt im Netz. Das ist eine richtig geile Kombination zum 1-0 gegen FC Bayern. Richtig, richtig gut gespielt von Sosa auf der Seite. Der Doppelpass mit Hagi. Hagi im perfekten Moment die Schnittstelle gefunden. Und wir hatten das Spiel auch ehrlich im Griff. Also wir haben richtig, richtig gut gespielt mit unserer Mannschaft. Ich habe auch die Slider wieder ausgestellt, weil ich dachte, ja, die Slider habe ich ja nur angemacht, weil wir ein bisschen zu gut für die erste Saison waren. Deswegen wollte ich erstmal austesten, wie das mit neuer Mannschaft dann in der zweiten Saison ist. Und Sosa hat hier den absoluten Sahnetag erwischt. Macht eine perfekte Flanke in die Mitte auf Klimovic, der zum 2-0 trifft. Also wie gesagt, die Slider lassen wir jetzt erstmal aus. Wenn es dann wieder ein bisschen zu unrealistisch wird, die ganzen Ergebnisse, dann gehe ich wieder auf die Slider zurück. Aber erstmal testen wir es ohne. Klimovic, super Ding nach seiner Einwechslung, muss man sagen. Bayern hatte wenig Chancen, nur noch eine hier. Aber wie ihr gleich sehen werdet, war die auch abseits. Da hat unsere Abwehr gut rausgestellt im Verbund. Vier Leute abseits gestellt und das Spiel war vorbei. 2-0 holen wir uns den Supercup. Eine weitere Trophäe bringt uns jetzt nicht besonders viel. Ist eigentlich nur ein glorifiziertes Testspiel. Aber auf jeden Fall trotzdem schön, sich da so einen Erfolg gegen Bayern zu holen. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Können wir sehen, dass unsere Mannschaft auf dem richtigen Weg ist mit den 2 Neuzugängen. Die 2 Neuzugänge, kann ich euch jetzt auch schon verraten, sind die einzigen, die ich in der ersten Episode gemacht habe. Wir haben hier nochmal Mafio verkauft. Das heißt, wir haben noch einiges an Transferbudget. Das seht ihr am Ende der Episode. Also lasst mir gerne mal in den Kommentaren da, wen wir denn noch so holen sollen für die VfB Stuttgart Karriere. Also, keine Ahnung, ich habe vielleicht noch einen ZM im Kopf, so einen jüngeren ZM statt Endo. Aber ansonsten ist mein Kopf ein bisschen leer, muss ich sagen. Deswegen könnt ihr mir da gerne aushelfen mit Ideen für diesen Karrieremodus. Will natürlich auch nicht zu viel kaufen. Hab ja gesagt, willst du zumindest halbwegs realistisch halten. Also jetzt nicht jedes Mal, jede Transferphase, dieses Team komplett auswechseln. Da will ich dann schon lieber auf Kontinuität setzen mit den Spielern, die wir hier feiern in der Karriere. Ordentlich lang spielen und dann lieber weniger Spieler kaufen. Aber wir kommen jetzt direkt mal zum nächsten Spiel. Hertha gegen Stuttgart. Und wie ihr seht, wir waren brutal am Druck machen. Hatten die eine Chance nach der anderen. Dann González hier mit der Riesenchance. Aber da in der Mitte kriegt Mbemba was, glaube ich, noch den Fuß hin. Aber die anschließende Ecke, so komisch wie sie kam, kam sie rein. González macht hier mit dem Volley nach der Ecke das 1 zu 0. Dass man Ballvolley im Strafraum oder im Fünfer nehmen kann, ist natürlich ein Riesenfehler von der Hintermannschaft. Ich weiß auch nicht ganz, wie das so funktioniert hat. Ich bin glücklich drüber, weil das 1 zu 0 wirklich wichtig war. Aber lag auch lange in der Luft. Haben ja viele Chancen gehabt. Habt ihr auch alle gesehen. Hertha erst nach dem Tor wirklich aufgewacht. Hier mit Luke Bakio. Schöne Einzelleistung. Aber Kobel kriegt da noch seine Finger dran und kann klären. Komar dann auf Wamangituka. Und wie schon letztes Mal sehr schnell gespielt Wamangituka. Diesmal wirklich González. Der lässt den Ball durch. Wollte ihn in die lange Ecke schieben. Aber Schwolo hält den Ball erstmal. Dabei blieb es dann auch 1 zu 0. Gewinnen wir das Spiel mit unserem Matchwinner Nikolas González. Der jetzt unser alleiniger Stürmer ist. Kalajcic auf die Bank erstmal verbannt. Hat einfach sehr gut die erste Saison gespielt. Aber hat einfach zu wenig gebracht. Insgesamt dafür, dass man ihn dann dauerhaft starten lässt. Also ich werde ihm auf jeden Fall genug Einsätze geben. Das kennt ihr ja von meiner Karriere oder von der Stuttgart Karriere. Vor allem jetzt. Der wird seine Einsatzzeit finden. Aber auf jeden Fall erstmal von der Bank aus kommt. Das war es für heute. Wie gesagt, lasst mir alles mal in den Kommentaren da. Länder zum Scouten. Spieler, die wir kaufen sollen. Spieler, die wir eventuell verkaufen sollen. Sagt mir da mal eure Meinung. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schaut gerne mal bei anderen Videos vorbei. Und abonniert unseren Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem anderen Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.